Hallo, ich bin Fabian und studiere den berufsbegleitenden Master International Retail Management in Kooperation mit der ESB Business School und arbeite parallel bei Aldi Süd als Regionalverkaufsleiter. Für mich war die Kombination aus Theorie und Praxis schon immer sehr wertvoll, da wir durch die erfahrenen Praxisexperten und internationalen Dozenten aktuelle und zukunftsrelevante Inhalte rund um das Wachstumsfeld International Retail Management vermittelt bekommen. Durch diesen praxisnahen Bezug lassen sich die Inhalte direkt in meinen Arbeitsalltag integrieren. Das Programm ist für mich international, innovativ und praxisnah. Wenn auch du Beruf und Studium optimal verbinden möchtest, dann ist dieser Master hier in Reutlingen genau das Richtige für dich. Er dient als exzellentes Sprungbrett für deine Karriere und fördert dank des flexiblen Zeitmodells deine persönliche und berufliche Weiterbildung. Er dient als exzellentes Sprungbrett für deine Karriere und für dich.